Wer ist in der Arbeitslosenversicherung versichert? Wer ist in der Arbeitslosenversicherung versichert? Nun, versichert und nicht versichert, müsste man eigentlich genau sagen. Versichert sind alle Arbeitnehmer und alle Azubis, alle Auszubildenden. Verzeihen Sie mir die Abkürzung hier. Alle Arbeitnehmer und alle Azubis. Nicht versichert sind Beamte und Selbstständige. Die sind nicht versichert. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Lernen ohne Leiden Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video. Oder ist das leichter? Bitte auf jeden Fall. Oder ist das Gleiche? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.